Alter, nur gelbe Blumen. Ich will rote Blumen. Rosen. Damit die Flammen der Liebe in mir wieder entstehen. Das will auch noch Spaß hier. So, da liegen Zepplinge, aber die sind mir egal. Hier waren doch noch irgendwie Rosen. Auf der anderen Seite, ich weiß. Aber, ach, da geh ich jetzt nicht erst hin. For what? Mit welchen Grund? Respekt! Ich will respekt! Mit welchen Grund? Ein bisschen respekt! So. Also entladen wir uns erstmal. Die Eier werden wir auch noch schön Spaß haben mit. Pfeile brauchen wir nicht. Schnüre, das brauchen wir alles nicht. Zepplinge kommen wieder hier rein. Der Weizen kommt hier unten hin. Zuckerrohr kommt da hin. Hier hin. So, dann nehmen wir die Rosen. Das Holz lassen wir hier. Die Zäune lassen wir auch hier. So, dann können wir das Zeug eigentlich auch hier lassen. Den Redstone, von dem ja nicht mehr allzu viel übrig ist. Dann Erde können wir schön hier lassen. So. Einen Stack nehmen wir mit. Wobei, warte mal, nehmen wir neben dem Cobblestone mit. Cobblestone ist sicher. Dann einmal Eisen. Das können wir hier hinten rein tun. Die Eimer können wir jetzt auch hier rein tun. Die Leitern würde ich eigentlich auch gerne hier rein tun. Haben wir eigentlich für uns Rüstung? Ist noch alles da, okay. Leitern. Kies. Können wir die Leitern drübergehend auch erstmal hier rein tun. Ist ja nicht das Problem. Und der Zaun auch. Und der Kies kommt auch hier rein. So, Steaks können wir mitnehmen. Und die 8 Brote. Wobei, ne, die Steaks lassen wir hier. Haben sie nicht. Die Leitern drübergehend. Wobei, wo sind denn die? Ne, überhaupt. Natürlich ist ja erstmal hier mit rein. Das ist gut. Und das nehmen wir auch noch mit. So. Dann brauchen wir jetzt. Roten Farbstoff. Rosenrot. Löwenzahn-Gelb machen wir uns mal 32. Das ist in Ordnung. So. Dann tun wir die Blumen wieder hier rein. Rosenrot, Löwenzahn-Gelb. Das sind also Löwenzähne, die wir da gepflückt haben. Die Hacke lassen wir. Die Hacke lassen wir hier. Ah, hier ist ein Feldhacke. Und jetzt hauen wir uns erst nochmal Brote rein. Wo gehen wir denn ein? Also diese Frame-Ukla jetzt hier, das ist nicht so toll. Am Ende muss ich dann wieder die Tonspuren anpassen. Das wär's dann aber. Und Gatter brauchen wir. Ach, Mist. Wie machte man sich nochmal Gatter? Ich weiß das schon gar nicht mehr. Ich glaube aber mit so hier. Und dann ist... Das war falsch. Fuck. War das nicht so hier? Ja. Da brauchen wir... Drei, wa? Eins für die Erntemaschine. Oder machen wir mal zwei für die Erntemaschine? Wir machen zwei für die Erntemaschine. Eins fürs Schafsgatter. Und fürs Kuhgatter brauchen wir eigentlich keins. Aber wir können uns ja trotzdem Gatter machen. Und so. Und so. Scheiße. So. Zauntore nehmen wir... Drei mit. Ach ja, und Lapis. So. Schauen wir mal. Haben wir uns die Schafe reinlassen. Bindelweise Schafe. Das hätte da wohl Gatter sein. So. Dann komm mal her. Und du. Ja, ich komme. So. Ich werde schon wieder gerufen. Aber nichtsdestotrotz werde ich jetzt hier noch kurz das Rosenrot zu Ende. Dingsen. Erstmal alle färben. Und dann alle abernten. So. Na ja. Auch und auf und auf und auf und auf. Dankeschön. Wir werden mit dieser Rote noch... Mit dieser Rote... Mit dieser Rote wollte noch viel, 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 viel anfangen. Aber... Nichtsdestotrotz. Werden... Oh. Wieso bleiben die jetzt rot? Wollt ihr mich verarschen, oder was? Das ist aber... Irgendwie doof. Das ist ja voll. Da kannst du dir ja so viel Wolle, wie du willst, cheaten, Alter. Oder in den Farben, die du willst. Das ist ja krank. 38 Wolle. Ich weiß gar nicht, ob das schon reicht. Wahrscheinlich nicht. Aber... Wir gehen jetzt erstmal hier raus. Nummer 1 und Nummer 2. Ganz schön, der ins Rote Wolle. Das können wir auch von außen ernten. Liegt da jetzt noch Rote Wolle? Nö. So, du kommst auch mal her und lässt dich mal... Scheiße. Warte mal, dich mach ich jetzt mal gelb. Eine gelbe Wolle. Wow. Vielleicht weiß der ein oder andere schon, was es mit dieser gelben, blauen und roten Wolle auf sich hat. Ich weiß es nicht. Und vor allem, ich weiß es nicht. Ich weiß es schon, aber... So, dich mach ich jetzt mal gelb. Und dich mach ich auch gelb. So, dazu steht schon wieder ein gelbes. So, in den letzten... Wie viel sind es? Na, 80 Sekunden. War mir bei dieser Aufnahme-Session der Ton abgekackt. Ich nehme die Nachvertonung hier, diese 80 Sekunden, schon zum achten, zum dritten Mal auf. Weil ich es mit der Lautstärke gerade nicht hinbekommen habe. Das Headset war etwas zu leise eingestellt im Computer. So, was ich mit der Wolle vorhabe. Ist erstmal eigentlich kein Geheimnis. Aber ich sehe gerade, ich übersteuere hier fast nur. Werde ich dann wieder leiser machen müssen? Schön. Ja, ihr werdet es da noch sehen. Das ist auch alles schon gebaut. Die Aufnahme-Session ist... Warte, lass mich gucken. Vom 31. März. Nachvertonen ruhe ich es jetzt gerade am 5. Juni. Da siehst du mal... Wow, eine gelbe Wolle. Ähm, da siehst du mal, wie weit ich hinterher hänge. Deswegen habe ich die letzten Wochen und Monate auch nichts aufgenommen. So, und es wird gerade dunkel. Wir sollten uns jetzt bald mal verziehen. Wie gesagt, was mit der Wolle wird, werdet ihr noch sehen. In den nächsten Parts. In den nächsten... Äh, ja. In den nächsten Parts halt. Und, äh, wir sehen uns übrigens, ähm, nein, nein, doch nicht. Ach, äh, ich vergesse das. Entschuldigung, Entschuldigung, wollte ich nicht. Äh, wir gehen das Rest, stürzen jetzt erstmal aus, warte die Tür auf und freuen uns. Das war's erstmal, äh, für den Moment. Wir sehen uns in der nächsten Sekunde gleich wieder mit einer neuen Vertonung. Und das war's von dieser Minecraft-Session. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, und damit... Willkommen zurück zu Minecraft. Ich war jetzt die letzten Stunden... Minuten jedenfalls. Nett, da. Und ich dachte, wir hatten uns schlafen gelegt. Also scheinbar doch nicht. Ähm, ja, toll. So, wir waren das letzte Mal stehen geblieben. Wir haben glorreich unsere Erntemaschine zu... einem... finalem Ende gefunden. Äh, gefunden. Was rede ich denn hier eigentlich? Wir haben jedenfalls unsere Erntemaschine fertig gemacht. Und die Stoß ist. Danke. Ähm, ja, was soll ich noch sagen? Ähm, mhm... Du wirst ein blaues Schaf, wollte ich sagen. Du wirst auch ein blaues Schaf. Weg, dick. Fick. Du wirst... Gehst nicht in die raus. So, blaue Wolle, her damit. Gelbe Wolle, her damit. Noch mehr rote Wolle, die ich manchmal auch noch blaue... Her damit. Danke. 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 Mein blaues Schaf. Danke. Untertitelung des ZDF für funk, 2017